Geld verdienen und zwar online oder im Internet und zwar auch von zu Hause so aus haben Sie die Möglichkeit Geld zu verdienen und zwar ganz schnell, seriös und ganz einfach unbequem. Ich habe schon viele Möglichkeiten so genannt in den letzten Video und jetzt möchte ich einfach so weiter erklären wie Sie das Geld online verdienen könnten. Also Sie haben die Möglichkeit zum Beispiel als Videotester einfach Geld zu verdienen, indem Sie zum Beispiel Videos angucken, die Videos bewerten und dann diese Video einfach zu kommentieren und dafür bekommen Sie ein bisschen Geld. Und Sie könnten auch als Produkttester einfach die Produkte testen, zum Beispiel es könnte eher Elektrogeräte sein, Lebensmittel sein, es könnte auch viele andere Produkte sein, dann sollten Sie einfach diese Produkte testen und einfach die Produkte auch bewerten. Und wenn Sie das erreicht haben, dann bekommen Sie auch ein bisschen Geld dafür als Gegenleistung. Sie könnten auch als Game-Tester einfach so Geld nebenbei verdienen und zwar auch von zu Hause so. Sie bekommen zum Beispiel Spiele vom Hersteller oder von Unternehmen und dann müssen Sie einfach sich damit mit dem Spiel einfach beschäftigen, um Fehler zu suchen oder einfach so um die Sachen genau zu testen, wie es reagiert. Und Sie könnten auch zum Beispiel als, Sie könnten nicht nur als Game-Tester einfach so damit Geld verdienen, sondern auch als Usability-Tester Geld damit verdienen. Was bedeutet das? Es ist einfach eine andere Art, heutzutage sehr viel Geld zu verdienen. Zum Beispiel mit Apps, mit Webseiten, Software und alle diese Sachen können Sie auch Geld damit verdienen. Sie könnten auch Geld damit verdienen, indem Sie zum Beispiel ein Gewinnspieler so teilnehmen und dann dafür auch Geld verdienen oder mit Umfragen. Also man bekommt zum Beispiel einen Fragenbogen, wo man einfach auswählen sollte und dann bekommt man auch eine Wegeleistung dafür. Und in dem nächsten Video werde ich auch nochmal genau erklären, wie Sie auch Geld online oder nebenbei oder von zu Hause so online im Internet verdienen können. Und zwar nicht nur ein passives Einkommen zu generieren, sondern auch ein aktives Einkommen. Falls das passives Einkommen nicht mehr reicht, dann könnten Sie auch nebenbei ein bisschen was nochmal dazu machen. Bleiben Sie einfach dran. Ich freue mich einfach das nächste Video nochmal mit euch zu genießen und ich freue mich auch, wenn Sie meine Videos einfach so mit Freunden so teilen können.